Hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir gehen angeln. Nice. Okay. Ich möchte mein Pferd gern rufen. Verdammte Scheiße. Ja, well, you know. Was? Ja, wääh, wääh? Was geht jetzt? Ach, wir haben auch? Ah. Wir haben auch ihre Pferd gern rufen, alles klar. Leun. Ja, hoppala. Ich bin runtergefallen. Warum bin ich runtergefallen, Alter? Das ist total dumm. Was ist dieses Kreeg? Es ist ein bisschen eine Runde. Und es ist nicht ein Kreeg. Es ist das gleiche Läge. Wir campen auf, nur ein anderes Pferd. Es wird es wert. Ich habe ein paar große Drammen und Sturz in da. Es wäre Rock Bass, Bluegills, Perch, Pickerel, auch. Es ist ein guter Ort. Wir sehen uns, wenn du so gut an fangen, als du so an fangen, als du so an fangen, Arthur. Trelawney owes mich für das. Trelawney owes everyone für etwas. Aber seine Informationen ist gut. Plus, wir sind jetzt ingratiiert mit der Landwirte. Ich würde sagen, es war eine Runde wertvolle Diversion. So, du gehst zurück nach dem Sheriff, Greg? Ja, ich verstehe warum nicht. Sie wissen, wer wir hier sind. Er hat nicht die größte Angelegenheit. Neither hat der Dämpfer. Wenn er denkt, dass wir ihm sinnvoll sein können, kann er sicherlich sinnvoll sein für uns. Ein bisschen schweigen in pläne Sight. Ich fühle mich, dass wir immer schweigen in pläne Sight sind. Aber manchmal mehr schweigen als andere. Ich könnte weiter mit ihm reden. Nee, nur Hose möchte was sagen. Trelawney ist wie ein schlechtes Pferd. Ich bin nicht sicher, wie gut ein Magistin er ist. Aber er wird sicher, wenn er so gut ist, wenn er sich so fühlt. Wo geht er? Everywhere und keinem. Es scheint, wir würden nicht mehr schweigen, wenn er nicht mehr schweigen würde. Hey, Judge, erinnert die Zeit, dass du ihn in der Outhouse gefunden hast? Oh ja, wir haben ihn nicht gesehen in ein paar Wochen. Wir sind in ein paar Stadt in der Mitte des Nichts. Ich weiß gar nicht den Namen. Du und Bill, wir haben etwas gemacht, Arthur. Also, wir holen ein paar Supplieren. Ich gehe um mich zu entschuldigen. Open die Tür, und da ist Trelawney. Sitten da, newspaper in hand. Mr. Van der Linde. Ich sage, was du hier machst du hier? Und er sagt, ich kann dir das gleiche Frage stellen. Jetzt, wenn du mir nicht interessiert, und mir ein bisschen Privacy gegeben, ich habe einen roten Öster. Hey, vielleicht sind es eigentlich 100 Salonis. Das ist der Spot. Auf der Seite. Da unten ist der See. Oh je. Mini. Ja gut, gehen wir ein bisschen angeln. Das ist richtig fette, also ein Wal. Ich werde einen Wal angeln, und den können wir dann essen. Oder ich schmeiße ihn wieder zurück. Ich weiß noch nicht. Ja okay, ich habe aber kein Boot. Na, welch ein Glück. Ist ja ein Zufall. Da sind drei Boots. Haben wir Sicherheit nicht. Warum auch, ist ja egal. Warum auch, ist ja egal. Da, 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 da. Sieht super aus, ja. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Huh? No. Ich habe ein guter Gefühl über Fisch hier. Es ist eine große Sturgeon. Es ist eine große Sturgeon. Okay, hier we go. Oh. 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 Oh, Mann. Oh. Oh. Oh, Mann, du hast die Danke. Rau, 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 your boat. Blablabla, blablabla. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Da ist schon mal in der Rude raus, ne? Okay. Ein Seeköder? Oh, Seeköder. Oh, hab ich sogar. Holy crap. Weiß ich jetzt auch ein Seeköder dran? Ich weiß das nicht, alter. Huiiii. Ich beweeg den Köder. Da-dam. Da-dam. Hast du dich bewegt? Okay, das war ein Seeköder. Got him? Come on, Arthur. You can't go back empty-handed. Hä, ich krieg schon mal was. Got one. Shit. Got away. Und braucht beim Angeln Geduld, Kinder. Okay. Okay, nochmal. Zack. Plups. Dreh lang, um den Fisch auszufangen. Und dann. Oh. Ha, got ya. Damn it, I lost him. Got a nibble there, Arthur? Oh. That's on the hook, Arthur. Ganz ehrlich, Arthur, Angeln ist genau mein Ding. Nicht. Mich überhaupt nicht für begeistern, ne? Hör auf, den Fisch einzuholen. Ja, mach ich doch. Ich hole noch gar nicht mal einen. Jetzt kann ich weiter einen holen. Schnell. Aber man darf auch nicht zu schnell machen. Eigentlich müsst ihr genau angeln, was für mich sein. Das ist so, du bist halt so für dich, weißt du, ganz in Ruhe. Und kannst halt um über vieles nachzudenken. Das ist eigentlich genau so mein Ding. Aber ich glaub, Angeln ist halt nicht so meins. Keine Ahnung, vielleicht ja doch. Ich war auch noch nicht angeln, muss ich sagen. Müsste man vielleicht mal machen. Vielleicht müsste man echt mal angeln gehen. Gucken, wie es ist, ne? Mein Gott, jetzt komm raus da, du Drecksvieh. Guck dir den mal an. Also, den behalte ich. Pack ich erst mal meine Tasche rein, ne? Ja. Du bist ja. Er war vielleicht 20. 21. Geht in voll voll von ihm selbst. Wir hatten ein großes Feast. Toasted ihn all night. Das war 15 Jahre. Oh, ich erinnere mich jetzt. Dann, die nächste Woche. Arthur und ich sind auf dem Markt. Und der Fischmonger fragt. Also, wie hast du diese Baße genutzt? Man muss halt nur wissen, wie, ne? Ah, der ist aber nicht so groß, oder? Wobei, er ist auch nicht so klein. Ja, aber halt, wow. Alles bei 1,5 Kilo. Ne, 1,7 Kilo behalte ich. Wow. Warum fängt der andere Sachen als jetzt? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja, auch was anderes. Behalte dich. Wir sind näher in den Himmel. Kein Problem in uns zu versuchen, zurück zu diesem Weg irgendwann bald. Pinkertons haben patrols überall über tall trees und Gräte Pläne. Wir sehen es, wenn wir zurück nach Shawn gehen. Also, wir sehen uns jetzt, huh? Es könnte besser sein. Pläne verändern. Das ist nur wie die Leben geht. Ich habe schon gesagt, dass meine Mutter in Blackwater ist? Wirklich? Sie ist? Wahrscheinlich so. Ich habe nur von einem Freund von meinem Jahren später gefunden. Letztendlich wusste ich, dass sie noch außerhalb der Philadelphia war. Loll, man sieht ja sogar, wie der Fisch anbeißt. Krass. Sie und ich haben immer immer Augen zu Augen gesehen. Ich war immer immer ein sehr obedeutiger Kind. Ich kann nur einmal erinnern. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Kann man jetzt da aufhören? Puh. Du kommst ja aufhören. Puh. 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 Die sind so voll wie gentlemen angezogener. Ich wie so ein Penner. Ich muss nochmal neue Sachen holen. Alter, wie können wir eigentlich den ganzen Fisch in die Tasche packen? Da passt er überhaupt gar nicht rein. Angelrude. Oh. Ja. Ich hab auch eine gute Halle hier. Pearson wird glücklich. Wir können zurückgehen? Wir können den Buss, nicht zu weit nach dem Camp. Good idea. Können Sie die Hosen. Was für die Hosen? Oh, sie finden ihre Weg nach. Nur in den Süddeutschland, Arthur. Das war schön. Danke, Leute. Ja, Hosea? Ja. Wie geht es? Okay. All right, ich habe einen für dich. Ich brauche mich eineinige Mar��ke an 就 möchte ich ein bisschen und brauche mich ein bisschen Ich brauche dich eineinige Marią sie sagen, Moment bevor die Tasche bringt. Ich bin richtigcolltsch derni an den Tatel ist geliebt, ich habe was endlich ganzes geliebt, ich habe nichtske streetkarten, ich habe ganzes geliebt und mir einen ausgemacht Y auch etwas Ast compassionate, ich habe mich auf die Tabelt united in die Tür abgest� generated. Ach so, shit. I wish to God I'd pass their by, taters got burnt and so did I. That was, that was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. Three mariners. Ah, of course. Well, we three poor mariners do we come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, round, round? Shall we go dance this round, round, round? And Nathan is a bully boy, come pledge me on this round, 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 round. We care not for the martial men that do our state's disdain. But we care for the merchant men that do our state's disdain. To them, we dance this round, round, round. To them, we dance this round, round, round. To them, we dance this round, round. To them, we dance this round, round. To them, we dance this round, round. We here it is a bully boy, come pledge me on this round. Ich komme mir gerade vor, es hat einen Schlaf gegeben. Ich werde voll müde gerade. Das ist aber richtig hart. Ach ja. Bravissimo. Ja. Ey, ich verstehe jetzt, warum haben wir die Schiegel? Also, hä? Wir hätten doch hier einfach angeln können. Wir hätten gar nicht so weit. Aber, na gut. Aber kurzer Soundverschein. Ah, ne, bei euch nicht. Stimmt. Überdings ist der nicht weg. Da war aber gerade kurz der Bildschirm schwarz. Das war blöd. Aber ist kein Problem. So, wir legen hier mal an, ne? Ach, leg mich doch am Arsch. Hä? Ne, hä? Warte mal. Das ist doch richtig. Ja, warte doch mal. Ach so, ich kann nicht... Okay. Man kann nur in eine Richtung rudern. Das wusste ich nicht. Ich bin halt nicht so ein Ruderer, muss ich halt sagen, ne? Aber offensichtlich muss ich auf die andere Seite von dem Schläge. Nun. Konnte ich ja nicht wissen. Dass es so wichtig ist, dass ich auf eine bestimmte Seite gehe. Ich weiß nicht. Das war ein, was mir keine Plan. Ich weiß, dass ich... Ich weiß, dass ich... Ich weiß, dass wir... Ich weiß, dass wir... Ja, das war doch immer mal nett, ne, ein bisschen. Ja, mach das, tschüss. Ich meine, man muss ja mal sagen, das ist ja auch nicht schlecht, ne, ein bisschen was abgeben und, äh, mal angeln gehen, sowas für sich tun, ne? Das ist doch, ist doch ganz nett. Warum? Mach das. Wollte ich auch gerade sagen. So, ich hab auch noch ein bisschen Fisch, aber ich kann den Fischer eh nicht benutzen. Der, der Deutsche. Was will er? Willst du irgendwas? Herr Strauss. Refinery-Worker turned Hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an Apprentice Undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Hehehe. Hehehe. Mhm. Gut. Ich würde eigentlich gern was abgeben, weil ich hab ja selbst auch noch Sachen jetzt. Ähm. Personen, die der Bande Geld schulden sind, auf der linken Karte. Okay, ja, ist klar. Kann ich ihm das geben, ja, ne? Spenden. Was ich alles habe, Jürgen? Brauche ich alles nicht. Ne, das behalten wir auf jeden Fall. Ich behalte immer so ein Fleisch. Das ist ganz gut. Das hab ich alles hergegeben. Egal. Fehlern, nö, die behalte ich auch. Die fett behalte ich auch. So, das reicht. No problem, my friend. No problem. Willst du was zu essen nehmen? Das wär voll geil. Oh, ich hab ein bisschen Hunger. Hi. Hi. Ah, guck mal, jetzt erkennt man die aber auch mal richtig hier. Miss Adler. Oh, Arthur, es ist gut zu sehen. Was ist? Du bist okay, Maybeth? Just great, aber ich bin fast wiederum in der Stadt. Sie haben mich robben von einem store und ich bin für meine Leben. Du bist hier nicht. Arthur Morgan? Natürlich nicht. Gott, wer du denkst du zu sprechen? Gute Frau. Okay, ich werde dich später dann. Okay, dann. Okay, dann. Nächste Mal, wenn wir einen errand zusammen, erinnerst du mich, dass ich mehr Blöcke habe. Komm schon, Arthur, nicht so, dass das nicht lustig war. Ich glaube. Anyway, I won't disturb you. Alright, Arthur. Ach, ne, Spaß hat's ja schon gemacht, ne? Also, da kann man jetzt nichts sagen. Amt. Gut, gucken wir noch mal kurz auf die Karte. Hier ist nämlich sonst weiter nichts. Das ist das hier. Angel mit Javier. Nee, danke. Okay, wir müssen hier natürlich einmal Geld irgendwie versuchen einzutreiben. Was ist das hier? Grace. Stimmt, das sollen wir ja auch machen. Oh, Mann, ey. Okay, das andere ist da oben. Ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. Versuche ich mal wieder ein bisschen Cola einzutreiben. bevor wir dann versuchen, ähm, die Grace ein bisschen auszukundschaften, ne? Was geht bei denen ab? Was ist da los? Muss man natürlich wissen. Muss man natürlich wissen. Ähm, dazu würde ich aber erstmal auf jeden Fall hier hingehen. Zur Postkutsche und mich mit der Postkutsche hier nach Strawberry bringen lassen. Und dann dahin... Oh, hier ist ein Steckbrief. Das ist natürlich auch eine nette Sache. Kann ich nämlich auch mal gucken, ne? Steckbriefe sind auch nicht so doof. Na, wahrlich nicht. Na gut. Dann wissen wir auf jeden Fall, was zu tun ist. Erstmal hier hingehen, ja, mit der Postkutsche Richtung, ähm, Strawberry dann hier Geld eintreiben. Ich werde aber mir auch den Steckbrief direkt dann holen. Äh, warum nicht? Und dann geht's zurück. Dann machen wir das, ähm, hier auch mit dem Geld eintreiben. Ich hoffe, das funktioniert alles. Wenn wir dann noch Zeit haben sollten, würde ich das machen. Ansonsten ist das in der übernächsten Folge dran. Ich bedanke mich bei euch. Ah, guck mal, hier ist auch ein Steckbrief. Na, interessant. Interessant. Nichtsdestotrotz, ciao.